Geliebte Tochter, der Spott und die Häme, die das gemeine Volk über deinen Garten, deinen Ritter und auch dich ausschüttet, will mir schier das Herz verbrennen. Aber ich habe vielleicht eine Lösung. Ich habe dir, als verspätenes Hochzeitsgeschenk sozusagen, Ländereien im Herzen der Mittellande gekauft. Dieses Land, nennen wir es mal zu deiner und deines Garten Ehren, Neuer Phönixwald, ist durch mehrere Portale mit unserem Heimatland Salavia verbunden. Eines dieser Portale, knapp vor unserer Küste im Meer gelegen, begründete einst den Reichtum unserer Region. Aber dieser Seehandel ist versiegt. Ich verdächtige, ehrlich gesagt, Zecherberg, diese Piraten und Halsabschneider. Nun, wie dem auch sei, schnapp dir deinen Göttergatten und deinen Baron Chor und mach dich auf die Reise zu einem der anderen bekannten Portale in den Wäldern hinter dem Soldegol. Nimm dein Land in Anspruch und schau, was Zecherberg auf der anderen Seite angestellt hat. Vermutlich müsst ihr im kühlen Wald auf dem Weg zum Portal den einen oder anderen Untoten erlegen. Also nimm dir deinen stattlichen Ritter meinetwegen mit. Aber wehe, ich höre noch weitere Spottleder, die auf euch zwei gedichtet werden. Nun, vielleicht komme ich doch lieber selber mit zum Portal. Ich heuere Männer an. Was haben die Heiler bezüglich deines Garten gesagt? Wie stehen seine Chancen? Ach, der wird schon wieder. Bis zum nächsten Mal.